Hey Leute, heute Nacht sind wir in Agnes Water Beach Club. Ziemlich neue gebautes Hotel, riesige Hotelanlage. Wir haben Barbecue-Areas, es ist riesengroßer Poolbereich verfügbar mit Whirlpool, alles ist dabei. Hier finde ich persönlich ziemlich cool. Zwischen beiden Hotelblocks, die Rezeption befindet sich in der Mitte, auf der linken und rechten Seite befinden sich die Hotelplatz. Zentral gelegen ist der Barbecue-Bereich und der Poolbereich, das finde ich sehr cool. Die Zimmer, wo wir drin sind, sind einfach enorm groß, enorm groß, top modern, ausgestattet, eingerichtet, sieht alles super gut aus. Wir haben zwei Schlafzimmer, wir haben eine riesige Terrasse, wir sind im Erdgeschoss mit Gartenbereich dran. Ja, also wenn ihr hier in Agnes Water, in Town of 1717 mal seid, schaut hier vorbei. Town of 1717 ist unter anderem auch ein großer Ausgangspunkt für Ausflüge nach Lady Musgrave Island oder Mountainbiketouren oder sonst was. Hier gibt es viele Aktivitäten. Ja, wenn ihr hier seid, schaut hier vorbei, es lohnt sich wirklich. Hey, wir hatten eine super erholsame Nacht im Agnes Water Beach Club und jetzt seit ein paar Minuten ist die Sonne wieder draußen und wir werden jetzt erstmal am Strand gehen und ein bisschen relaxen. Ja, der Platz hier ist nur zum empfehlen, die Apartments sind wirklich riesengroß und jedes Apart ist ziemlich abgeschottet von den anderen, also auch sehr gut für kleine Partys geeignet. Und ja, ich hoffe, wir kommen hier bald wieder her.